abrufen zu was denn ein führer 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 wie viel brauchst du denn da davon bitte anscheinend sehr viel um um ich schaue ich jetzt hinkomme ob ich jetzt noch ein bisschen was reißen kann reichen 42 die und zumal generatoren und und auch um das ist ein Grund habe ich jetzt kommt nur fünf Stück da ist es tun wird es klasse in die Truhe das sind dann brauche ich jetzt ganz viele Worte gelaufen Iron Pipes? Nö, äh, Stone Pipes reichen eigentlich auffällig. Ich habe sechs Stück davon. Vielleicht noch immer noch wenig. Auch Glowstone. Oh, 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 oh. So, und so. Äh, äh, äh. Was brauche ich davon noch? Die Maschine kriegt fast keine Energie. Ups. Ähm. Ich weiß nicht, wovon die Energie weggeht. Nein, nein. Ich muss den Kompressor packen, das Quarztast. Kompressor, das haben wir nicht. Na klar, den Kompressor. Wo denn? Irgendwo bestimmt. Nee. Aber wir... Wir haben keinen Kompressor, ernsthaft. Warum haben wir keinen Kompressor? Weil wir den bisher noch nicht brauchten. Braucht ihr jetzt einen Kompressor? Nun bau halt einen. Ja. Das muss wir dafür nicht so viel brauchen. Die Maschine kriegt keine Energie. Aber ich glaube, der Kompressor läuft auch mit Ding, oder? Nee, das ist ja auch nicht normaler. Wenn es weiß ist, dann läuft es mit Minecraft True. Nee, und so weiß es. Wenn die Maschine weiß ist. Dann bei mir alle die gleiche Farbe ist das Problem. Ach so. Aber dann guck ich kurz. Wie heißt das Ding? Ähm. Ähm. Mit Kompressor. Mit C. Ähm. Ne. Läuft mit ganz normaler Energie. Also heißt es? Ich kann die benutzen. Ja klar. Läuft mit Ego. Gut. Ich brauche... Oh. Warum Kaktusgrün? Warum musst du Kaktusgrün? Für... Dings. Für die Waterproof Pipes. Wolltest du das hin? Ja, warte. Ja, warte. Hier, warte. Äh, äh, äh. Hier bei mir. Hinter dir. Da. Danke. Da muss noch schneller. This is my horse. My horse is amazing. Test. Wah. Ähm. Hörst du auf Deutsch drin? Warum nicht? Ähm. Ähm, 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 ähm. Eins davon. Und jetzt muss ich etwas eaten. Ich könnte eigentlich Holzfarmen gehen. Ach, egal. Und... Fuuuuck. Was ist? Ich hab die Hälfte mal wieder vergessen. Ähm. Ähm. Ah, gut. Hab ich gesagt, dass ich in der oberen, im Auto, um, in der Auto-Crafting-Table noch Quartz hatte? Ne, das hab ich nicht. Ähm. Ähm. Das war Fail. So und so. Dann ist Redstone da außen rum. In die Mitte des Cup Zeug da. Äh, das ist so krank, was du dafür brauchst. Ja. Das ist Redstone schon wieder ausgegangen. Glück haben wir Redstone. Nein, wo? Nein. 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 Was ist Schiss? Äh, äh. So. Ich hab genau ein ME Basic Prozessor zu wenig. Passiert. Kann aber auch nur mir. So, sonst brauche ich ja nichts. Silikon. Glasfasserkabel laufen mit EU, oder? Glasfasserkabel? Ähm. Ähm. Yeah, yes, yes. I think so. Ah. Probieren wir's einfach kurz. Probieren wir mal. Äh. Ein Held, ein großer Held. Äh, ja. Ja. Du, 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 du. Guck, wie das aussieht. Ahaha, das sieht bei mir voll lustig aus. Hä? Da-dum, da-dum, da-dum. Okay, für was? Dann benutze ich die Glasfasserkabel für... Weiß ich nicht. Äh, was brauche ich denn drunter nochmal? Was kommt da drunter? Ach, genau, eins in die Korn. Hä? Ah, genau. Ey, gibst du das jetzt her? Wow. So, kann man jetzt auch hier? Give me that shit. Ähm. So, dann kommt gleich Karunka. Kein Silikon, ich würde... Nein, das ist er da. So, danke. So, jetzt muss ich noch irgendwie... ...an diesen verfickten Schalter da oben kommen. So. Lass ich das kurz durchlaufen. Oh Gott, so viel Arbeit für so ein kleines Ding. Tja. Also, irgendwann müssen wir was machen. Eben. Und ob du das jetzt machst oder irgendwann anders? Oh, ich hätte wahrscheinlich noch weniger Bock drauf hätte. Eben. Äh... So wie morgen, wenn wir da mehrere Stunden drin sind. Oh, ja. Hahaha. Da hätte ich bestimmt weniger Lust. Ja. Da habe ich was relativ großes vor. Oh Gott, was denn? Ich würde sagen, erst mal Cromi versetzen, oder? Yep. Auf jeden Fall. Nein. Die haben wir gar nicht auf den Kopf. Äh, wo sind wir jetzt hin? Da sind wir. Nein. Nein. Sie hat ja keine Energie mehr. Nein. Fuck. Nein. Nein. Brauchst du? Äh, ja. Ein Ofen reicht mir aber. Ähm. 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 Äh, gib mir einfach. Gib mir einfach. Gib mir einfach. Gib mir einfach. Nimm dir doch einfach Holzkohle raus. Ähm. Ähm. Mach erstmal. Mach. Das kann aber dauern. Bis morgen, ja? Bis! Ja, Planung und all das, weißt? Verplanung. So muss hier die Kohle erstmal durchlaufen. Oh Gott. Ich krieg das aus jedem Generator 64 Steck Kohle. Ach du Scheiße. Dig jetzt einfach mal alles um einen Ender-Chest. Durch einen Ender-Chest? Ja. Wie so eine Ecke. Vielleicht hab ich noch gar nicht gesehen. So. Alter, wenn du da mal überlegst, wie viel Charcoal da in den Rohren und in den Generatoren ist. Na, wenn du mal denkst, wie wenig nur in den Kisten ist. Ja. Soll ich dir bei irgendwas helfen? Irgendwas abbauen oder so? Ähm. Ne. Ich bin grad noch am überlegen, wie ich das mach, dass die Kohle die Reserve Energie macht. Weißt? Guck mal in die Kiste rein, die ist fast voll. Ja. Gut, guck mal, wie viel Kohle da noch kommt. Was du machen kannst, ist... Das brauch ich zum Beispiel nicht.